Du öffnest deinen Briefkasten und findest ein Trocknertuch. Da es dort nichts zu suchen hat, nimmst du es heraus, richtig? Falsch! Lass es einfach da. Du tust deinem Briefträger einen Gefallen. Du denkst vielleicht, dass Hunde die einzige Gefahr für Postboten darstellen. Und das nicht ohne Grund. Im Jahr 2020 hatten über 5800 Briefträger in den USA unangenehme Begegnungen mit Hunden. Aber sie stellen nicht die einzige Unannehmlichkeit für die Zusteller dar, die einfach nur sicher zu Hause ankommen wollen. Daher stecken sie häufig solche Tücher in die Briefkästen, um sich selbst vor Wespen zu schützen. Klingt vielleicht komisch. Der Durchschnittsmensch kann damit rechnen, etwa fünfmal im Leben von einer Wespe gestochen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt also viel höher, als von einem Hund gebissen zu werden. Und warum helfen Trocknertücher gegen Wespen? Das ist wirklich simpel. Wespen ertragen den Geruch nicht. Er ist einfach zu intensiv für sie, also vermeiden sie das Tuch, das eigentlich unsere Wäsche auffrischen soll. Doch dieser aufdrängliche Duft ist für die Wespen eine eher kleine Sorge. Sie haben auch gar keine Zeit, sich weiter Gedanken drum zu machen. Im Schnitt ist das Leben einer Wespe verdammt kurz. Die meisten leben gerade mal 22 Tage. Für die Königin gilt das allerdings nicht. Sie lebt bis zu einem ganzen Jahr. Trotzdem ist es gut, dass all die anderen sich nicht ständig Sorgen machen müssen, einem Trocknertuch über den Weg zu laufen, beziehungsweise zu fliegen. Irgendwie ist es witzig, dass die Wespen mit dieser kurzen Lebensspanne den Postboten, der sie zu meiden, versucht, besser verstehen könnten als ihre Königin. In ihrem 22 Tage langen Leben geht es nämlich nur um die Arbeit. Jeder hat eine individuelle Aufgabe. Dabei geht es um den Bau des Nests und den Schutz der Königin. Im Nest leben zwei verschiedene Arten von Wespen. Die Drohnen, das sind die Männchen, und die Arbeiterinnen. Die Letzteren sind sehr emsig. Sie beginnen ihr Leben mit der Fütterung der Larven. Die Larve ist ein noch nicht ausgereiftes Insekt und gerade erst geschlüpft. Sie entwickelt sich zur adulten Wespe. Diese Aufgabe übernehmen die Arbeiterinnen etwa drei bis vier Tage lang. Danach übernehmen sie Aufgaben, für die sie das Nest verlassen müssen. Sie holen Wasser oder bringen Holz als Baumaterial für das Nest mit. Das mitgebrachte Wasser spucken sie aus, um den Eingang zu vergrößern. Das Wasser mischt sich mit dem zu entfernenden Material und bildet Pellets, die aus dem Nest getragen werden. Die Arbeiterwespen durchlaufen dann eine Phase intensiver Mitarbeit beim Nestbau, bevor sie für die Nahrungssuche verantwortlich werden. Die Wespen beziehen ihre Energie aus Nektar oder Honigtau und Proteinen aus anderen Insekten oder Tieren. Und diese Arbeiterinnen sind wirklich selbstlos. Sie verfügen selbst gar nicht über die nötigen Enzyme, um das eingetragene Futter zu verdauen. Das meiste Futter, das sie zum Nest bringen, wandert in die unfertigen Larven. Zum Glück bekommen die Arbeiterinnen aber auch einen Lohn für ihren Fleiß. Bei der Verdauung durch die Larven entsteht aus der Nahrung eine cremige Substanz, die wie Suppe aussieht. Diese Substanz enthält alle nötigen Nährstoffe für die Wespen, um weiter ihre Arbeit erledigen zu können. Diese Form des Nahrungsaustauschs nennt man Trophalaxis. Sie nimmt eine Schlüsselrolle bei der sozialen Interaktion zwischen Arbeiterinnen und Larven ein. Bei ihrer Suche nach Nahrung entfernt sich eine Arbeiterwespe bis zu 300 Meter vom Nest. Nachforschungen zeigen aber, dass manche Ausflüge auch bis zu einem Kilometer weit reichen können. Sie folgen dabei einander zur Futterquelle. Ihren Lebensabend verbringt die Arbeiterwespe dann im Nest. Aber sie liegen nicht nur auf der faulen Haut. Sie übernehmen ihre finale Aufgabe und beschützen den Eingang. Und wie sieht nun im Vergleich zu einer Arbeiterwespe das Leben der Drohnen aus? Nun, der männliche Gegenpart ist ein eher träger Gesell und das, obwohl er größer ist. Die Drohnen werden im Schnitt über 1,2 Zentimeter lang, während die weiblichen Arbeiterwespen deutlich kleiner bleiben. Die Drohnen sind auch auffälliger gefärbt. Sie haben schlaffe Antennen und können nicht stechen. Die Königin ist größer als beide und bringt es auf ganze 2,5 Zentimeter Länge. Und warum meine ich, die Drohnen wären faul? Tja, während die Arbeiterinnen draußen sind und Holz, Wasser oder Nahrung sammeln, bleiben die Drohnen in der Regel im Nest und stecken ihre Köpfe in leere Waben, sodass nur noch der Po herausschaut. Bringt das irgendwas? Eigentlich nicht. Sie machen halt ein Nickerchen. Wenn sie nicht gerade Schäfchen zählen, beteiligen sie sich an der Verteilung der Nahrung an die Larven, gehen von Wabe zu Wabe und füttern die hungrigen Mäuler. Und sie versuchen noch mehr in die Waagschale zu werfen. Was wortwörtlich gesehen nicht viel ist, da sie gerade mal 10 bis 19 Milligramm wiegen. Sie tragen nämlich den Müll raus und halten das Nest sauber. Ein solches Nest, in dem Königinnen, Drohnen und Arbeiterwespen leben, hält in der Regel 3 bis 4 Monate. Im Winter fallen sie auseinander. Die neuen Königinnen aber fliegen davon, um Winterruhe zu halten. Die anderen Wespen überleben die Kälte nicht. Allerdings gilt das auch für viele Königinnen. Studien zufolge überleben nur 2 von 4.500 Königinnen die Winterruhe. Aber das hat nicht nur mit dem Wetter zu tun. Die Königinnen suchen sich dunkle, trockene Stellen wie Risse in der Hauswand zum Überwintern. Sie stecken ihre Antennen zwischen die Beine und beißen sich an der ihnen zur Verfügung stehenden Oberfläche fest. Dadurch sind sie für andere Insekten wie Spinnen leichte Beute. All jene Königinnen, die einen ungestörten Schlummer genießen konnten, erwachen im Frühling wieder zum Leben und beginnen ein neues Nest zu bauen. Eine Königin fliegt bis zu 75 Kilometer, um den perfekten, warmen und trockenen Wohnort zu finden. Dort produziert sie dann neue Arbeiterinnen und Drohnen und ein neuer Lebenszyklus beginnt. Wenn du ein Wespennest findest, lässt du es am besten in Ruhe. Du kannst auch nie wissen, wie dein Körper auf einen Stich reagiert. Und wer sagt, dass du nur einmal gestochen wirst? Ein durchschnittliches Wespennest wird im Sommer von bis zu 10.000 Tieren bewohnt. Daher überlässt du das Nest lieber dem Kammerjäger. Und was kannst du tun, um eine unangenehme Begegnung gänzlich zu vermeiden? Dank unserer Briefträger wissen wir nun, dass Trocknertücher helfen. Weiterhin solltest du keine Lebensmittel herumliegen lassen. Sie ziehen Wespen magisch an. Sei es proteinreiche Kost wie Hühnchen oder etwas Süßes wie Eiscreme. Wasche dein Geschirr ab und decke Reste sorgsam ab oder entsorge sie, wenn du mit dem Essen fertig bist. Während Wespen den Geruch von Trocknertüchern nicht ausstehen können, lieben sie den Duft von Blumen und Obst. Überlege dir daher gut, welche Körperpflegeprodukte oder Parfüms du verwendest. Wespen könnten dich auf der Nahrungssuche mit Nektar verwechseln. Zu deiner Verteidigungsstrategie gegen Wespen sollte auch deine Kleiderwahl gehören. Trage Langarmshirts und lange Hosen. Vermeide Sandalen. Um keine Aufmerksamkeit zu erwecken, kannst du auch rote Klamotten tragen, da Wespen diese eine Farbe des Regenbogens nicht sehen können. Das Wichtigste ist aber, und ich weiß, dass es leichter gesagt als getan ist, also bitte nicht böse sein, ruhig bleiben. Studien zeigen, dass mit den Armen panisch um sich zu schlagen und für Aufregung zu sorgen, wenn die Wespe gerade landet, deine Chancen gestochen zu werden drastisch erhöht. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter. Und denke derweil bitte an die Briefträger und lasse dieses Trocknertuch einfach da, wo es ist.